Herr Kokrom, auch schon fertig. Ja, nach so einem Gusstechnikverfahren fühlt man sich doch so richtig. Fertig. Sie haben da noch was? Das ist doch nur ein bisschen Muffelsausen. Schleudertrauma, Sie wissen ja. Ganz vergessen, mein Wachskäppchen. Nobody's perfect. Ah ja. Verzeihung, kennen wir uns? Ich bin Sintron, sehr erfreut. Äh, Sintron? Ja, wir sind verwandt. Ich komme auch aus der Kokrom-Familie, die neue Generation. Ich bin schon seit gestern fertig und hänge hier ein bisschen rum. Hm, ein ganz schlauer. Kleinen Abstecher ins Fräf-Zentrum gemacht? Das, Junge? Nein, ich komme direkt aus dem Labor. In-house-Digital. Gescannt, gefräst, gepasst. Sie verstehen. Äh, nein. Mit Catcam wird alles direkt im eigenen Labor gemacht. Sogar Kokrom? Genau, das erspart Transportwege, also viel Zeit und gleichzeitig bleiben Wertschöpfung und Kontrolle hier im Haus. Ja, aber die Ausfallquote... ...ist gleich null. Was da rauskommt, passt. Wie? Beim ersten Mal. Nichts versuchen, ihr tut. Nein, Zufälle überlasse ich den anderen. Ich bin ein Präzisionsprodukt. Und den Gusskanal, hat man Ihnen auch nicht weggenommen? Verzeihung, kleiner Lufteinschluss. Da könnte man direkt neidisch werden. Ach, das ist doch alles ganz einfach. Ich zeige Ihnen das mal. Ich fühle gut, ich weiß, dass ich nicht würde. Ich fühle gut, ich weiß, dass ich nicht würde. So gut, so gut. I've got a U Wow